Ich biete dir hier einen Pullover Night Kurs an. Hast du schon etwas Neuerfahrungen, dann kannst du hier bei mir am Samstag zwischen 10 und 5 ein Pullover verneihen. Ich biete dir ein paar verschiedene Schnitzmuster an. Du kannst sie anprobieren und schauen, welcher dir am besten steht. Zusätzlich bekommst du von mir Overlock Faden, ein Nähzubehör, ein Neukistchen mit dem Werkzeug. Deine Aufgabe ist, dir selbst Stoff zu kaufen, der dir gefällt. Dann können wir zusammen das Projekt angehen. Ich biete dir jetzt noch. Ich bin ein Neuerfahrungen.